Hey, ich bin Uli und arbeite als Elektrotechniker bei der Firma UL. Nach meiner Weiterbildung zum Techniker habe ich mich bei der Firma UL beworben. Mittlerweile bin ich schon zwei Jahre hier. Zu meinen Tätigkeiten gehört die Planung von Projekten, modernisierende Anlagen sowie die Störungsbehebung. Mir gefällt es super hier zu arbeiten. Wenn auch du was Großes bewegen willst, dann bewirb dich jetzt bei uns.